Hallo aus dem schönen Düsseldorf, ich bin heute zum Final Fantasy Konzert eingeladen von Square Enix und vorher geben wir uns ein bisschen Stärken mit einem japanischen Gericht. Die kommen auch aus Japan, dementsprechend sehen wir uns dann gleich beim Essen. So, frische Stärken auf jeden Fall, gerade vom japanischen Essen, war super geil und jetzt werde ich ab zur Mitsubishi Halle fahren, um dann bei Final Fantasy im Konzert zu sitzen und darum geht es in dem Video eigentlich gar nicht, das andere war einfach nur ein bisschen Food davor, weil man muss ja Stärken Musik hören, das ist ja anstrengend. Also bis gleich! So, jetzt sofort geht's zur Final Fantasy, wir stehen gerade an der Ampel und gleich geht's dann los. Ich bin sehr gespannt und gebe euch dann nach der Show ein krasses Feedback eventuell noch von da drin. Ich komme immer näher in den Bildschirm heran, aber war jetzt cool. Los geht's! Bui! Wir sehen uns AirPods. R Bui! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020